Hallo Leute und herzlich willkommen beim 1. Dezember, bei der ersten Tür meines Advents- und Silvesterkalenders. Von den Let's Plays, die ich in Erwägung gezogen habe und mich nicht entscheiden konnte. Hinter Tür 1, seht ihr es schon richtig, Super Mario 64 ist ein mögliches Let's Play für 2014. Ich konnte mich ja wie gesagt noch nicht entscheiden. Wenn wir dieses Spiel als Let's Replay machen, machen wir auch einen 100% Run da dieses Let's Play, das Original bald dreieinhalb Jahre alt ist. Ihr könnt mich schon mal eine erste Meinung in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann am 2. Dezember wieder.